ganz kurz in englisch hello friends this is a brief tutorial about how to activate the fog in arnold in maya 2017 this is an image we will create it's easy to make and we only have to know where the fog resides so liebe leute machen heute den umweltnebel also den nebel der sich durch die ganze szene schiebt und wir werden ungefähr bei diesem bild hier land ihr werdet es gleich sehen also geht's los die dinge könnten vielleicht ein bisschen einfacher gelöst sein aber so ist es halt es im prinzip wenn man einmal weiß wo der nebel in arnold liegt findet man ihn immer wir müssen erstmal eine szene generieren ich nehme gerne eine fläche auf die wir uns quasi alles draufsetzen hier bei den nörbs flächen gehe ich hier einfach auf die größer wie ein sehr schön großes ding dann gehe ich zu den polygonen und hole mir einen kegel in die landschaft und jetzt drücke ich steuerung d um ihn zu duplizieren und den mache ich jetzt ein bisschen größer kann ich noch ein bisschen höher ziehen denn der der pivot der zentrale punkt ist weiter unten so dass er aus der mitte heraus skaliert das ist egal und jetzt dupliziere ich den noch mal mit steuerung d und setzen hier hin und dann mache ich ihn mal noch größer so jetzt gucke ich mir die sache von der seite an und wähle alle drei aus nicht die fläche auswählen sondern die drei und dann dupliziere ich die noch mal mit steuerung d und bewege die duplikate nach hinten und weil ich jetzt richtig viele habe nämlich mit die auch noch alle zusammen noch mal duplizieren und dann habe ich schon sehr viele jetzt wäre es übrigens schön wenn man die ein bisschen drehen könnte damit die nicht so steif alle in eine richtung stehen da hinten und dazu gehen wir mal in den outliner windows outliner da stecken die gerade zuletzt hergestellten hier heißen cone 7 bis 12 und wenn ich jetzt steuerung g wie gustav wie gruppe drücke wird daraus eine gruppe hier steht sie die heißt gruppe 1 und wenn ich die gruppe 1 jetzt ich meine der schwerpunkt von der gruppe 1 ist zufällig hier am ursprung noch ich könnte den auch jetzt hier vorsetzen aber jetzt kann ich nämlich die alle zusammen drehen sonst hätte ich immer nur den einzelnen drehen können und da kriege ich eine etwas schönere durchmischung dann als wenn ich das einzeln gedreht hätte dann würde ich sagen ist das eine szene mit ein bisschen vorne und hinten und jetzt geht es um den nebel gut wenn ich das rendere mit arnold ist kein licht drin das heißt es bleibt schön schwarz und jetzt kommt der entscheidende punkt ich gehe zu den rendereinstellungen die das ist dieses kleine icon und bei den rendereinstellungen gehe ich zum arnold renderer denn mit dem will ich jetzt was tun und bei dem will ich den nebel herstellen und jetzt habe ich mir gedacht warum steht jetzt hier kein nebel gut environment heißt umgebung da könnte man auch ein umgebungs diffuses licht sich vorstellen und bei background könnt ihr den himmel zum beispiel sichtbar machen über die glocke die man um das die ganze szene herum legt und hier die atmosphäre und darauf klickt ihr bitte auf dieses schachbrett hier bedeutet ihr wollt irgendwas neues erzeugen nämlich create aifog ihr wollt ein arnold nebel erzeugen der es hiermit erzeugt wir können dieses fenster wieder schließen und hier im attribut editor ist er aufgetaucht er hat ziemlich wenig eigenschaften wenn ihr ihn verliert irgendwann und ihn wieder hier was ändern wollte an dem nebel dann geht ihr zu windows outliner und im outliner seht ihr den nebel nicht so im moment ihr müsst zu display gehen und deck objects only ausmachen da sieht man nämlich viel mehr dinge die hier in der szene drin sind und eins davon ist der aifog wenn ich hier display die deck objects only anklicke also nur die haupt objekte dann seht ihr diese detail objekte nicht mehr also aber schon und können wir festhalten hier ist er so jetzt rendern wir das ganze und siehe da da ist ein wunderschöner nebel schon in der szene nebel zeichnet sich ja dadurch aus dass er sich mit der entfernung immer immer mehr diffuser zeigt wenn ich hier mal denn die distanz die ist standardmäßig auf 0 0 2 eingestellt wenn ich die mal auf 0 2 also eine zähnepotenz höher lege ist viel heller der nebel greift viel stärker oder wenn ich 0 0 3 nehme dann habe ich so ein zwischending von dem gerade eben der nebel geht im moment auf uns zu das sieht man daran kann ich auf 0 setzen dann sehe ich nichts mehr und den nebel nach oben ziehen lassen und da ist der nebel der steigt von unten quasi auf und zwar mit einer höhe von 5 und diese höhe von 5 die kann ich nicht mehr auf den nebeln jetzt meinetwegen auch auf eine höhe von 2 einstellen und damit geht die nur so weit dass im hintergrund ist die das schwarz was wir wir haben dahinter eben nichts hingelegt und das wird der nebel zeigt das jetzt auf diese weise gut ich gehe hier auf größere distanz und wird alles schneeweiß der ist also ein dieser wert ist wahnsinnig empfindlich die höhe 0,4 bereits ist sehr hell und damit habt ihr im prinzip aber euren nebel gelegt ja das war's und dann spielt mal damit rum er ist also ein volumen licht ist ein eigenes licht ich habe hier kein extra licht in die szene gesetzt der nebel arbeitet für sich zum ersten blommere ich 10 11 11 11 11 15 Vielen Dank.